Moin Moin Miteinander und Willkommen zu einer kleinen Runde Hearthstone. Ja, ich habe bereits mein Deck 1 etwas modifiziert, also ich habe diesen Frostblitz... Ah, ich kann ja mal kurz zeigen. Ich habe... Na, welche Karte war das? Hier den Frostblitz habe ich eingebaut. Da wird zwei andere Karten rausgeschmissen, und zwar einmal Arkane Intelligenz und einmal Arkane Explosion. Also von denen jeweils eine raus und zwei davon rein. Und mit diesem Deck möchte ich, naja, wenn es geht, jetzt den Krieger besiegen. Haha. So, besteche Wächter. Ja, mach das. Entferne Diener-Staub. Okay. Dann entferne mal Diener-Staub. Diener gegen Garosch! Sieg oder Tod? Ihr habt es so gewollt. Ja, dann, äh... Dann stirb doch. So, äh... Ich habe keine Einser-Karte. Das ist nicht gut. Zerstört die Waffen eures Gegners. Ruf dann... Nein, ich möchte nicht bestätigen. Ich möchte ersetzen. Äh... Äh... Naja, auch nicht viel besser, aber puh. Das war's. Ja, ich glaube auch. Das fängt schon mal nicht so toll an. Na gut, fange ich halt nächste Runde an, ne? Ist eh besser. Er macht aber auch nix, okay? Also, er hat auch hohe Karten auf der Hand. Irgendwie. Zerstört die Waffe eures Gegners. Ah, das möchte ich eigentlich noch nicht. Na komm. Was ihr wolle? Das war's. DRIFT AN! Ansturm. Oh nein! Der hat doch ansturmt. Wieso hat er nicht angegriffen? Jedes Mal, wenn ihr einen Diener mit maximal drei Angriffe herbeiruft, erhält dieser Ansturm. Also, der hat keinen Ansturm. Aber die anderen bekommen. Spott. Okay, feuern oder Spott? Hm. Hm. Zeit zu töten. Genau. Hier. Das war's. Mitten auf die Nase. Was ihr wolle? Arsch! A-a-ha! Oh! A-a-ha! So, den... Ja, oder schießen. Den oder schießen? Ach, tue ich. Hm, das macht ja richtig Spass. Hm. So, die werden hier angreifen müssen. Ich kann ja schon mal dafür sorgen, dass der Eber weg ist, ne? Jo. Das war's. Das war's, ja. Zeh ich ein. Au. Den hab ich doch auch im Deck. Er hält jedes Mal plus 3 Angriff, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Ah. Oh Mann, den muss man mit einem Schlag irgendwie weghauen, ansonsten wird er mega gefährlich. Mehr sag ich dazu nicht. Spott. Spott. Spott, Spott, Spott. Was hat er denn hier eigentlich? Er hält plus 2 Rüstung. Ähm, okay. So, entweder den oder den. Bei dem kann ich... Naja, ich kann nur bei beiden nicht mehr schießen. Dann hol ich mir den raus. Die Ohren sind geöffnet. Sechs Angriff. Das passt schon. So, der soll ruhig mal weg. Hier geht auch los. Das war's. Legt euch nicht mit Zahler an. Au. Na gut. Zum Glück ist er gleich weg. Hinrichten. Nein. Oh. Hahaha. Hallo mein Freund. Gut, der ist gleich weg. Dann kann ich einfach einmal hier schießen und den rausholen, oder? So ein guter Plan. Ach, ich hätte ihn verwandeln können. Hm. Naja. Okay. Nächstes Mal. So, komm. Feuer frei. Den möchte ich nicht auf dem Feld haben. Das war's. So, läuft. Würde ich sagen. Im Moment. Au. So, er hat noch acht. Hm. Vier. Fünf. Anstorn. Hätte ich sechs. Na gut. Okay. Passt. Passt mal auf. So läuft das jetzt. Das läuft nämlich so. Theoretisch könnte ich doch ihn hier anschießen. Dann hätte er sofort fünf, sechs. Statt zwei, sieben. Hehehe. Ja. Ja. Solche Gedankenspiele mache ich. Und beim nächsten Mal hätte er dann... Acht, fünf. Und dann elf, vier. Uhuhu. So. So. Du bist im Moment der gefährlichste. Ja. Ja. Auf ihn Angriff oder Opfern und hier ein bisschen was kaputt machen. Wir machen das hier, na. Wir machen das hier. Das war's. Oh, zwei Rüstungen. Muss ich jetzt die Rüstung weghauen? Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Nächste Frage. Ja, die hätte früher kommen sollen. Alle anderen Murlocs haben plus einen Angriff. Schade. Egal. Fünf. 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 Ich will mal diese Strategie ausprobieren. Okay. Oh, was passiert hier? Okay. Ja mein Freund. Das war's glaub ich für dich, oder? Ja, Spiegelbild. Sieg oder Tod. Sieg oder Tod. Ah, ihr habt eine neue Quest erhalten. Absolviert ein Spiel im Modus Spielen und ihr erhaltet eine Profipackung. Uh, eine Profipackung. Feldversuch. Schließt ein Spiel im Modus Spielen ab. Das heißt also gegen einen richtigen Gegner. Aha. Also gegen einen Menschen. Vermute ich mal. Ist nur eine Vermutung, aber ich denke mal. Spielt gegen einen ebenbürtigen Gegner. Und bleibt verschlossen, bis ihr alle Helden freigeschaltet habt. Oder ist die Arena hier gegen... ...gegen Menschen? Ja, das nächste... Ja, ich weiß noch nicht, was das nächste sein wird. Wir weiter üben oder wir die Quest nehmen? Ich bin ja schon ein bisschen neugierig, was die Quest ist. So, Jäger, Magier, Krieger. Hinrichten. Vernichtet einen verletzten, feindlichen Diener. Okay, er muss verletzt sein. Schon mal eine Einschränkung. Feurige Kriegs-Axt. Das hier ist eine Waffenkarte, oder? Ich weiß noch nicht, wie die funktionieren. Seelen gebunden. Äh. Okay. Hm. Drei Schaden. Zwei Mana. Finde ich echt gut, diese Karte. Hm. Drei Schaden. Verleiht einem befreundeten Diener. Plus zwei Angriff und Mundsturm. Ja, puh. Jeder hat hier irgendwas für sich, ne? Also... Kann man nicht sagen. Hier finde ich zum Beispiel den Hundemeister echt gut. Hier ist der Frostblitz richtig schön. Der Feuerball natürlich. Hm. Hm. Und hier finde ich natürlich diese Waffe gut. Und das hier ist, ähm, auch nicht schlecht. Hm. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener mit Maxima... Das ist echt nicht schlecht. Wir müssen sofort angreifen. Hat alles was für sich. Na gut. Dann werde ich mir wohl die Zeit nehmen müssen, um ein Deck zu basteln. Ich weiß noch nicht. Naja, eigentlich muss ich für jedes ein Deck basteln, ne? Für den Jäger, für den Krieger, für den Magier habe ich ja jetzt. Ah, das wird noch spaßig. Okay. Gut. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und sage bis bald. Bis zum nächsten Mal.